Hallo und Halleluja meine Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Anschnallen, heute wird es rasant, heute nimmt die Energie Fahrt auf und heute dürfen wir uns auf das ein oder andere vorbereiten. Ihr wisst ja vielleicht, ich bin ein Mensch, ich liebe es im Hier und Jetzt zu leben. Das ist auch etwas, was wir wirklich lernen dürfen, nicht mehr so viel Prognosen, Zukunftsvisionen und so uns anzuschauen, sondern auch wirklich im Hier und Jetzt leben und im Hier und Jetzt Schöpfer sein. Und das können wir aber manchmal auch ganz gut, wenn wir wissen, was uns erwartet, wo die Reise hingeht. Das ist ja auch schön, wenn man irgendwo einsteigt und weiß, ich fliege jetzt nach Thailand, dann kann ich mein Köfferchen packen, dann mache ich da ein Bikini rein, ein bisschen Sommerkleider und weiß, wenn ich in Thailand ankomme, ich bin vorbereitet. Wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, dann packe ich alles ein, vielleicht auch Winterschuhe und dann denke ich mir, die hätte ich ja nicht gebraucht. Und es geht jetzt darum, den Koffer für diese Reise zu packen. Und das könnt ihr euch so vorstellen, und dazu habe ich auch ein Video gemacht, das werde ich euch verlinken, dass zwei Welten, sage ich jetzt mal, einstürzen dürfen oder erwachen dürfen. Ja, wir denken immer, die materielle Welt erwacht. Ja, die Unbewussten, die, die nicht spirituell sind, die werden erwachen. Und wir Spirituellen fühlen uns immer so gut vorbereitet, weil wir sind ja schon erwacht. Nur der Punkt ist, dass sich materielle Welt und spirituelle Welt vereinen dürfen. Und das bedeutet nicht, dass das eine bestehen bleibt und das andere sich irgendwie unter- oder einordnet, sondern es bedeutet wirklich, beides wird einstürzen und beides wird vereint neu aufgebaut werden. Also jetzt mal im übertragenen Sinne. Weil auch in der spirituellen Welt so eine Art Scheinwelt aufgebaut wurde. Ja, und ich meine es nicht, also ich sage das jetzt nicht, um jemanden schlecht zu machen oder so. Ja, ich erzähle einfach, was ich an Impulsen reinbekomme. Und jeder darf das mit seinem eigenen Gefühl abstimmen. Ja, also das ist immer wichtig. Auch alles zu akzeptieren, wie es in der Vergangenheit war oder wie es aktuell ist. Alles annehmen und lieben, um dann aber zu wissen, wo der Trend, die Veränderung hingeht. Und es ist so, dass wir Menschen immer wieder so die gleichen Dramen durchleben. Ja, wir auch über dieses Leben hinaus. Ja, wir sind so gewohnt, das sind Menschen, die sagen uns, was zu tun ist. Das sind unsere Führer. Und dann denken wir, wir sind in so einer Sicherheit. Ja, wir wiegen uns in einer falschen Sicherheit, weil wir jemanden haben, der uns Kraft von außen gibt und Zuversicht. Und das darf sich aber ändern, weil unsere Seelen möchten die Erfahrung machen, dass sie sich selber führen. Ja, und deswegen kommt jetzt auch eine neue Form der Führerschaft in die Welt, die helfen Menschen in ihre Kraft zu führen und sie dann loslassen und selber durchs Leben gehen lassen und sich selber führen lassen. Das sind die Führer der Zukunft. Und in der Vergangenheit haben sich viele so festgeklammert an ihren Schülern oder Klienten oder Patienten, wie auch immer man es nennen möchte und wollten die gar nicht so loslassen. Weil sie nicht wirklich selber mit der Seele verbunden waren oder in der Selbstliebe. Und ich sage immer so schön, die Liebe redet Klartext und die Liebe lässt auch los. Und das ist die größte Form der Liebe loszulassen. Die Liebe klammert nicht. Der Schmerz klammert. Und das ist es jetzt, was viele, die auch schon sehr erfolgreich waren in der Branche, in der Spirituellen, erfahren werden, dass da noch Schmerz in ihnen feststeckt, der jetzt gefühlt und erlöst werden möchte und auch eine Kurskorrektur stattfindet. Deswegen werden uns jetzt auch viele spirituelle Vorbilder erst mal, ich sage jetzt mal verlassen oder erst mal verschwinden, in welcher Form auch immer, damit wir die Möglichkeit bekommen zu erkennen, zu erfüllen in uns, was ist jetzt eigentlich die Wahrheit. Und wem bin ich hinterhergelaufen und habe das übernommen, was die Person vorgegeben hat und vielleicht war das aber gar nicht wirklich das Richtige. Schaut mal, viele haben von Seelenpartnerschaften gesprochen oder Beziehungsgeschichten, Beziehungstipps gegeben, Seelencoachings gegeben und waren vielleicht gar nicht selber in dieser Energie. Weil es auch, und da kann man und darf man auch niemanden Vorwurf machen, weil es noch gar nicht die Zeit war. Die Menschen hätten das noch gar nicht verstanden und erfüllt, weil sie noch nicht genug geöffnet gewesen waren. Deswegen alles, was in der Vergangenheit war oder aktuell ist, ist richtig. Und das sind unsere Wegbereiter. Diese Menschen haben andere für die Spiritualität geöffnet. Sowohl schon mal im Herzen, in der Seele als auch im Geiste. Nur jetzt dürfen wir das Ganze so ein bisschen upleveln, sage ich jetzt mal. Und da gibt es eben die ein oder andere Veränderung. Und wichtig ist für euch, dass ihr erkennt, was ist eure Lernaufgabe. Eure Lernaufgabe ist, nicht den Halt im Außen zu suchen. Eure Lernaufgabe ist zu erkennen, ich bin mein Führer, meine Seele führt mich. Ich darf mich inspirieren lassen von außen, aber ich führe mich. Ich bin mein Heiler. Ich lasse mich inspirieren, dass ich meine Antwort im Innen finde. Ihr seid alle einzigartig. Ihr braucht auch keine Zertifikate irgendwo, um dann zu sagen, hier, da und da war ich. Das kann ich jetzt alles. Das ist alles aus dem Ego. Die Seele braucht kein Zertifikat. Wo sind wir denn? Da haben wir in der Vergangenheit, auch wir Spirituellen häufig, unser Ego pampern lassen und nicht falsch verstehen. Ausbildung, Fortbildungen sind per se niemals schlecht. Aber sie sollten euch immer mit eurer inneren Führung verbinden. Und vieles davon sind einfach Tools, also Krücken, die wir in Zukunft nicht mehr brauchen, weil wir lernen dürfen zu laufen. Also erst mal die Krücken wegwerfen und laufen lernen. Das möchte die Seele, weil die kann laufen. Und da hatte ich es auch, ich habe gestern dazu schon auch was auf Instagram gesagt und auch zum Thema Channeling der Zukunft. Auch nochmal hier an der Stelle, Channeling ist nicht schlecht. Ich lasse mir auch manchmal was channeln, wenn ich einen Impuls brauche. Ja, ist alles gut, wie es ist. Nur Channeling der Zukunft wird so sein, dass wir alle Energien in uns integrieren und diese Energie zu uns wird. Also ich sage jetzt mal ganz salopp, wenn ich jetzt immer den Uriel gechannelt habe, dann darf ich lernen, ihn in mich zu integrieren, so wie alle anderen liebevollen Energien auch, bis ich in mir die göttliche Energie habe und sie zu mir geworden ist. Erst wenn wir zu Gott energetisch geworden sind, erkennen wir, es ist keine Energie, die ich channeln muss, sondern ich bin Gott. Und Gott ist allmächtig, allwissend, allliebend. Alles ist Gott, Gott ist alles. Das ist die höchste Instanz, wenn man so nennen möchte, mit der man sich verbinden kann. Und natürlich dürfen wir unsere Erzengel und alle haben, aber wir dürfen auch sie in uns als einen Teil integrieren. Wir alle haben unser geistiges Team, mit dem wir arbeiten. Und ich muss jetzt gar nicht sagen, hier, keine Ahnung, Jesus, komm mal her, sag mir mal, hier, sag du mal was dazu oder jetzt frage ich mal den Raphael oder wen auch immer, Lady Nada, hier, jetzt geht es um Liebe, sag du mal was. Das muss ich gar nicht machen, weil das machen die automatisch, weil ich bin sie und sie sind ich. Es gibt keine Separation mehr zwischen den Energien, weil wir sie in uns vereinen, vereinigen und das ist wichtig, dass ihr euch das bewusst macht, dass ihr häufig unbewusst, intuitiv channelt, ohne euch das bewusst zu sein. Weil ihr es anders beigebracht bekommen habt, was Channeling ist. Und da verlinke ich euch auch ein Video zum Thema Channeling der Zukunft. Weil wir alle können das. Wir müssen nicht hart dafür arbeiten oder trainieren. Was wir tun müssen, ist in die Leichtigkeit, in die Freude. Weil dann sind wir in der Seelenanbindung und dann sind wir in der göttlichen Anbindung. Wenn ich an der Blume rieche, von 0 auf 100, ich bin Gott, hört sich jetzt bescheuert an, aber ich bin so in meinem göttlichen Bewusstsein, so in meiner Kraft, einfach weil ich an der Blume geschnuppert habe. Ich muss mich nicht eine Stunde hinsetzen und meditieren, ich muss gar nichts. Hey, wir sind Gott, das müssen wir schon. Wir müssen gar nichts. Wir dürfen Freude und Liebe in die Welt geben und nicht Stress. Wie viele spirituelle Menschen haben sich Stress erzeugt und diesen Stress ja in die Welt auch irgendwo gegeben. Weil sie sich ein stressiges Leben kreiert haben. Und ich sage auch immer so schön, Langeweile hat nichts mit Spiritualität zu tun, aber ein stressiges Leben hat auch nichts mit Spiritualität zu tun. Denn die Seele möchte sich nicht an Zeit so stark binden, dass sie uns einengt und Stress erzeugt. Weil wenn ich mit entspannten, liebevollen Füßen über die Erde laufe, dann hat die Welt viel mehr davon, als wenn ich mir denke, oh, so eine halbe Stunde bis zum nächsten Termin oder was auch immer, ja, jetzt mache ich mal schnell meinen Spaziergang, dann war ich auch in der Natur. Nee, so ist es nicht. Liebe und Leichtigkeit wollen jetzt hier in der Erde, auf der Erde, in der Welt integriert werden. Dafür ist es jetzt an der Zeit. Kein Stress mehr, kein, oh, ich bin wichtig, die Welt braucht mich. Kein Mensch braucht mich und irgendwie doch alle. Wisst ihr, was ich meine? Aber ohne Stress, ohne Zwang. Wir sind niemandem etwas schuldig, wir sind auch niemandem etwas verpflichtet. Nur uns und unserer Seele, uns mit ihr zu verbinden und zu erkennen, was ihre Bedürfnisse sind. Und das ist Liebe und Leichtigkeit. Und das den Menschen zu lehren, wie sie sich mit ihrer göttlichen Quelle verbinden. Und das ist genau der Punkt, wenn wir wirklich wieder zu den Gottmenschen werden wollen, die wir in der Seele sind. Und es ist wichtig, das zu erkennen, dass wir es in uns haben und diese Energie in uns integrieren. Alle Energien dürfen zu einem Teil von uns werden und dann sind wir ganze Menschen. Und wir dürfen jetzt fühlen und erfahren, was reine göttliche Liebe ist. Gott wird nicht sagen, wenn du sagst, lieber Gott, bitte heil mich. Er wird nicht sagen, oh Gott, ja du armes Kindchen, ich heil dich. Er wird sagen, heil dich selber. Weil die Liebe redet Klartext. Und dann wirst du den Impuls haben, ach stimmt, ich bitte jemanden, der außerhalb von mir ist, um Heilung. Aber wenn ich ihn in mir integriere, dann mache ich es einfach selber. Ja, das ist das Einzige, was die Religion irgendwie so ein bisschen missverstanden hat. Sie haben Gott genommen und ihn außerhalb von uns hingesetzt und gesagt, hier Gott ist außerhalb von dir. Und dann haben wir angefangen rumzulaufen und zu sagen, ja lieber Gott, Hilfe, bitte mach das und das. Nee, einfach machen, weil du bist Gott. Ja, du musst die nicht fragen, du musst die nicht bitten, wenn du Lust hast, was zu tun und es dir dein Herz sagt, dann tu es. Dann werden dir Wege gezeigt, Menschen geschickt, die dich auf deinem Weg unterstützen. Und wenn es im Sinne deiner Seele ist, wird es auch sofort erfüllt. Also hört auf zu betteln, hört auf euch unterzuordnen und erkennt, was Liebe wirklich ist. Liebe ist kein Schmerz. Alles, was wehtut, ist keine Liebe, sondern eine Abhängigkeit. Und alter Schmerz, der noch in uns feststeckt. Ja, deswegen kann ich das auch manchmal mit so einer, ich sag jetzt mal, Neutralität sagen, weil ich nicht mehr mit diesem Schmerzkörper verbunden bin. Ja, also ich spüre mich ja auch ins kollektive Feld ein. Deswegen hatte ich auch als letztes Video das Thema Selbstmord, ja, weil ich gespürt habe, das ist jetzt kollektiv irgendwo im Feld. Aber ich spüre das nicht mehr negativ. Ich weiß, da ist das Thema und ich gehe auf das Thema ein und möchte Menschen in dem Prozess unterstützen. Aber ich muss nicht diesen Schmerz als was Schmerzhaftes fühlen. Ja, ich spüre das mit so einer Neutralität. Ja, und das ist was, was man verstehen oder lernen darf, wenn wir den Schmerz in uns erlöst haben. Ja, und es soll nicht heißen, dass bei mir nicht auch mal nochmal was hochkommt. Ja, also wer weiß, wo da noch was steckt, ist ja alles möglich. Aber wenn wir es aus der göttlichen Perspektive sehen, sind wir nicht mehr mit dem Schmerzkörper so verstrickt. Ja, dann haben wir das erlöst. Ja, dann können wir uns auch Bilder von Ex-Freunden oder Freundinnen anschauen und dass die neuen Beziehungen sind und denken uns, oh ja, schön, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, dass du wieder glücklich bist, auch ohne mich. Ja, das ist wirkliche Liebe, sich und den anderen zu vergeben und es aus einer höheren Perspektive, aus der Perspektive der Liebe zu sehen und zu erkennen, ja, wenn der andere eine neue hat oder einen neuen, dann weißt du, es war alles richtig, wie es ist und auch du wirst lieben und geliebt werden. Aber nochmal auf einem anderen Level, als du dir jetzt vorstellen kannst. Weil Liebe ist kein Schmerz, Liebe ist keine Abhängigkeit und Liebe bedeutet nicht, sich zu krücken und dem anderen das zu geben, was ihm fehlt. Liebe bedeutet, dem anderen zu helfen, das in sich zu finden, was er bei dir sucht. Oder wenn es, sagen wir mal, ist kochen. Ja, wenn der Partner sagt, ich kann nicht kochen, wenn ich dich nicht hätte, dann würde ich verhungern. Ja, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber so sind viele Beziehungen aufgebaut, Abhängigkeiten. Ja, und das möchte und wird jetzt alles gelöst, auch bei vielen spirituellen Gelehrten. Und dann wird es halt auch nochmal, ich sage mal, so schön rumpeln in der Kiste. Und dann kommt alter Schmerz hoch, dann wird auch vielleicht das ein oder andere in Frage gestellt, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Was aber nicht richtig ist, das erkennt man auch wieder, das ist das Ego, was dann denkt, oh Gott, was kann ich überhaupt? Und fühlt man sich als kleines Würstchen. Und dann beginnt die Frage, wer bin ich eigentlich und was braucht meine Seele? Und dann darf man lernen, sich mit der Seele zu verbinden. Und das ist es eben, was jetzt vielen bevorsteht, die Erkenntnis, hey, vielleicht war gar nicht so viel Seelenanbindung in der Vergangenheit dabei, vielleicht war auch ein bisschen Ego und es war aber alles gut, wie es war. Weil man nur so tief in die Menschen eindringen kann, wie sie geöffnet sind. Weil die Liebe, die reißt keine Herzen auf. So, ich meine, klar, ich sage schon immer, ihr Glücksbärchen, so, also ich meine, ich reiße mein Herzchen auf, aber was ihr mit eurem macht, das ist euch überlassen. Den einen oder anderen, der wird sich vielleicht inspiriert fühlen, ja, der andere, der schon geöffnet ist, sagt, uh, ja, schön, her damit, ja, her mit der Liebe und hier Liebe zurück, ist ja immer ein Austausch. Aber das liegt nicht in unserer Macht, ja, es darf jeder seinen Mund öffnen, um zu essen und es darf jeder sein Herz öffnen, um zu fühlen. Auch erstmal den Schmerz, auch erstmal alte Wut. Ich sage auch immer so schön, Liebe ist kein Gesäusel. Wir denken immer, Liebe ist nur dieses, ich bin Liebe und ich bin immer Liebe und ich bin immer entspannt. Die Liebe hat Antrieb, die Liebe hat Pfeffer. Die Liebe braucht die positiv genutzte Wut, um was in die Welt zu gebären. Das ist aber keine Wut, die andere verurteilt oder abwertet oder bewertet. Das ist eine Wut, die wir mit unserer Herzenskraft kombinieren. Das ist dann unsere Leidenschaft, die Sexualität, die Kreativität, der Antrieb. Das ist was Wunderschönes. Das macht uns zu ganz Menschen, die fühlen und die auch in der Lage sind, echte Emotionen zu haben und die auch in der Lage sind, authentisch zu sein. Die auch mal sagen können, boah, heute habe ich ja einen richtigen Frusttag. Wir müssen nicht nach Perfektion streben. in keinerlei Hinsicht, weder optisch noch im Leben. Wonach wir streben dürfen, ist mehr und mehr authentisch zu sein, ehrlich zu sein, liebevoll zu sein, göttlich zu sein. Und nochmal der Hinweis, wenn du das nächste Mal vielleicht Gott oder wen auch immer anfließt und sagst, bitte, 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 dann wird Gott einfach lachen und sagen, du bist ich, ich bin du, warum bettelst du mich an? Dann, tu es, du hast die Kraft, verbinde dich mit dieser Kraft. Wenn du dich heilen möchtest, dann tu es. Und auch wenn du jetzt keinen Ausweg siehst, weil du in deinem Drama bist, in deinem Opfersein, wird sich der Ausweg zeigen, wenn du dich dafür öffnest, dass du alle Werkzeuge in dir hast. Ja und deswegen, das was wir jetzt machen, wir packen alle unser Köfferchen und bereiten uns auf das ein oder andere vor. Aber du weißt auch, wo die Reise hingeht, vom Opfer zum Schöpfer zu werden. Dieses Opfer-Täter-Denken ist vorbei, es gibt keine Schlechten, es gibt keine Guten, die separiert sind. Wir vereinen sie in uns und werden dann zu Gott und Gott bewertet nicht. Und das ist es, was wir in unsere Köpfe reinbekommen dürfen. Ja, also ich schütze keine Täter, aber aus der göttlichen Perspektive gibt es die nicht. Und wenn wir das erkennen und aus der Opferrolle rausgehen, sterben die Täter aus, weil sie uns unser Thema nicht mehr spiegeln müssen. Wenn ich ein Thema habe, wenn ich noch nicht gelernt habe, Wut gesund zu leben und mir einen Schutz aufzubauen, werden mir immer wieder Täter geschickt, die mich triggern. Und die mir mein Thema spiegeln. Wenn ich es in mir löse, verschwindet der im Außen. Also wenn jeder das Thema in sich lösen würde und wir nicht das Böse wegsperren würden und denken, das ist die Lösung. Ja, nicht falsch verstehen, wie gesagt, es ist alles gut, wie es ist. Ja, wenn der ein oder andere weggesperrt ist, wunderbar. Ja, aber dann dürfen wir trotzdem uns die Frage stellen, warum stand ich in Resonanz damit? Und was kann ich tun? Ja, weil die Lösung allein ist es nicht, das Böse wegzusperren, sowohl in Gefängnissen als auch in uns. Sondern es ist das Thema in uns zu lösen und zu integrieren. Und da habe ich auch ein Video zum Thema Vergebung, das verlinke ich euch auch. Und das ist es nämlich jetzt, was wir erkennen dürfen. Alles ist gut, wie es ist. Nichts ist böse, nichts ist gut. Alles ist erst mal richtig, so wie es jetzt in der Welt ist. Wir lieben alles, wie es ist. Das ist göttlich. Gott liebt alles und jeden. Er bewertet nicht. Und du bist Gott. Und je mehr du dir und anderen vergeben kannst, umso mehr kommst du in diese göttliche Präsenz. In dein Gottsein. Und wenn du aus dieser Perspektive auf böse Menschen guckst, kannst du sie mit transformieren. Mit deiner göttlichen Liebe. Und so haben wir immer wieder auch gehört, dass sich böse Menschen, wenn ich es jetzt einfach mache, Täter, wenn sie ihren Glauben zu Gott gefunden haben und sich mit der Energie verbunden haben, in sich, dass sie sich völlig verändert haben. Und sie haben nicht den Gott im Außen gefunden, sondern in sich. Und auch dieser Prozess steht jetzt vielen bevor. Weil sie in der ersten Hälfte ihres Lebens der Böse sein wollten, um zu erkennen, dann, ah, okay, integriere ich in mir und jetzt möchte ich zur göttlichen Liebe. Und wenn ich mit meinem Gottesbewusstsein verbunden bin, dann tue ich ja keinem mehr weh, weil dann würde ich ja mir selber wehtun. Ich bin nicht bescheuert oder was? Weil wir sind ja alle eins. Wenn jeder in seiner Göttlichkeit ist, dann ist die Welt perfekt. Aber ich sage auch immer so schön, jeder lebt in seiner Welt. Also ich kann und muss niemanden bekehren oder belehren. Ich mache einfach das, was ich für mich für richtig erachte. Und es fühlt sich gut an und ich merke, ich bin in meiner Kraft mehr und mehr. Und für mich ist es der richtige Weg. Und jeder darf aber sich selber überlegen, welchen Weg er geht und beschreitet. Und die Seele hat sich schon ausgesucht. Und ihr alle seid auf eurem Weg, zu Gott mehr und mehr zu werden. Und da muss man sich nirgends mehr unterordnen oder jemanden anbeten. Nein! Weil wir alle auf einer Ebene sind. Wir sind alle Gott. Wir sind alle Liebe. Und mit dieser göttlichen Liebe, mit unserer Seelenliebe, dürfen wir uns jetzt mehr und mehr verbinden. Und das passiert eben dann, wenn wir uns erst mal entbinden von Menschen, Situationen, die uns noch gebunden halten, die uns vielleicht krücken und die uns ein Pflaster sind. Und wenn wir das Pflaster abreißen, kommt der alte Schmerz, aber dann kommt auch die Liebe. Und das kann ich euch allen versichern. Je mehr ihr den Schmerz gefühlt habt und loslasst und euch nicht mehr damit identifiziert und euch verbindet mit euch, eurem Körper, euren Bedürfnissen, der Natur, umso mehr werdet ihr sie fühlen. Diese Kraft aus euch, die Liebe, die auch mal Grenzen setzt. Die auch mal Menschen sagt, ich will dich nicht in meinem Leben haben. Die spürt, wer tut mir gut, was tut mir gut. Aber es ist nicht bewertet. Wenn ich jetzt spüre, keine Ahnung, mir tut Käse nicht gut, dann esse ich keinen Käse. Aber ich habe nichts gegen den Käse. Wenn ich jetzt spüre, Kichererbsen tun mir nicht gut, dann esse ich keine Kichererbsen. Aber ich habe nichts gegen Kichererbsen, weil die sind nicht schlecht. Das ist Liebe. Alles darf sein. Du musst es nicht bekämpfen, aber du darfst für dich fühlen, wen oder was du aufnehmen möchtest an Information. Nicht nur Nahrung ist Information, auch Menschen ist Information. Und die Ur-Essenz jeder Nahrung, egal ob körperlich, mental oder emotional, sind alles Gefühle. Und die wichtigste Essenz ist die Liebe. Die Liebe können wir überall reinpacken, in die Nahrung, in uns Menschen, weil dann sind wir wandelnde Liebeskugeln. Vielleicht können wir das in Zukunft auch mehr und mehr wahrnehmen und auch aufnehmen, wie unsere Herzen strahlen. Ja, ich sehe gerade wirklich so dieses Bild von dem Herz und hier, da geht es so auf und da ist einfach nur Licht, das in die Welt strahlt. Also bevor du etwas denkst, für andere tun zu müssen, tue es für dich und du tust es automatisch für andere. Nutze die anderen, um dein Thema zu erkennen, aber löse es in dir und inspiriere die anderen, dir zu folgen, sich selber zu folgen. Keiner muss dem anderen hinterherlaufen. Denn deine Seele möchte dich wissen lassen, dass du es aus eigener Kraft schaffst. Wenn du denkst, jemanden zu brauchen, bist du immer in der Abhängigkeit und wenn dann dieser Mensch wegbricht, ist es nicht schlimm, sondern es ist für dich die Chance zu erkennen, hey, ich weiß es ja selber und hey, ich weiß es ja vielleicht selber sogar besser. Das war die Botschaft für heute, meine Lieben. Hier, guck mal, ich bin aber ganz stolz hier auf mein Outfit. Also ich bin ja wirklich bunt, all over und auch meine Augen, ich sehe auch mit meinen Füßen jetzt, wie ihr seht. Ja, das wird auch noch ein Thema werden, aber nicht mehr heute. Für heute reicht es. Amen, over and out, meine Lieben. Macht's gut und folgt der Liebe, folgt eurer Liebe und öffnet eure Herzen. Und öffnet eure Herzen.